ARRIELAND RAN! 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 Bis zum nächsten Mal. So, wir sind auf dem Schiff. Bist du seekrank eigentlich? Weiß ich noch nicht. Werden wir mal sehen. Das Einzige, was wir immer gemacht haben, war über den Rhein geschippert. Und in Frankreich waren wir mal auf dem Schiff unterwegs. Aber das war es dann auch. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. So, Freunde. Es macht mega viel Spaß. Es schaukelt brutal. Ich bin echt froh, dass ich mich eingecremt habe. Die Sonne knallt übertrieben. Aber es ist einfach wahnsinnig schön hier. Wirklich. Der Hammer. Yo, ich bin komplett durchnässt. Aber der Shot war es mir einfach wert. Wirklich. 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 Tja, das war es auch schon wieder, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr auf diesem Schiff gefallen. Nein. Es ist im Übrigen ein Segelschiff mit Hilfsmotor. Ich kenne mich mit Schiffen oder Booten gar nicht so krass aus. Eigentlich überhaupt nicht. Ich denke, es war so, dass es ein Nachbau war von diesem Schiff. Oder das Schiff war immer noch so und der Motor wurde reingebaut. Kein Plan. Auf jeden Fall ziemlich cool. Geiles Feeling hatten wir. Und ich hoffe, euch hat das Video super gut gefallen. Daumen nach oben würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Ciao.